Die Volksbank Düsseldorf-Neuss lebt bewusst nach dem Prinzip der gegenseitigen Hilfe und Solidarität. Als genossenschaftliche Bank fühlen sie sich nicht nur den Mitgliedern und Kunden verpflichtet, sondern auch sozialen Projekten in der Region. Um Jugendliche auf den Umgang mit den eigenen Finanzen vorzubereiten, führte die Volksbank gemeinsam mit dem Sozialdienst katholischer Männer an Schulen in der Region das Wahlpflichtfach Finanzkompetenz ein. Auf dem Lehrplan steht die Analyse der eigenen Finanzen. Die Schüler erlernen Grundwissen zu Verträgen, ihnen wird der Einfluss von Werbung verdeutlicht und das persönliche Ausgabeverhalten bewusst gemacht. Das sind die Grundprinzipien, denen der Easy Credit Preis für finanzielle Bildung gewidmet ist. Durch das Schaffen dieses neuen Unterrichtsfachs gelingt es, Jugendliche in ihrer persönlichen Lebenssituation gezielt zu unterstützen.